Liebe Ofenfreunde, diesmal geht es um Versicherungen. Und zwar kam die Frage auf, wie das so mit den Versicherungen für Öfen ist. Also erstmal, der Ofen an sich ist erstmal ein Haushaltsgegenstand sozusagen und über die Hausratversicherung für die entsprechenden Fälle, Unwetter, Hochwasser, was auch immer ihr da versichert habt, wie jedes Möbelstück und so weiter versichert. Es ist ja Inventar, da müsst ihr natürlich immer gucken, der eine Versicherungsgeber hat die und die Bedingungen und stellt die und die Voraussetzungen. Das kann ich natürlich jetzt im Einzelnen nicht wissen. Aber grundsätzlich ist es ein Gegenstand im Gebäude, also wie ein Möbelstück und wird auch so behandelt. Jetzt gibt es die Sonderfälle sozusagen und das ist alles, was Glasbruch immer angeht. Das ist beim Kaminofen nichts anderes. Glasbruch ist erstmal nicht mitversichert. Also eine Kaminscheibe ist nicht automatisch versichert, weil ihr in der Hausratversicherung eine Glasbruchversicherung mit drin habt. Sondern es muss explizit dann für den Kaminofen auch eine Versicherung abgeschlossen werden. kostet meines Wissens nach gar nicht so viel, so 30, 40 Euro im Jahr, weil die Fälle halt tatsächlich gering sind. Aber sie können sinnvoll sein. Und jetzt kommen wir mal, was ist sinnvoll? Also wenn ihr jetzt einen Kaminofen habt, der eine Scheibe hat wie meiner, hier, mehr hat der nicht, ne? Dann eher nicht. Ja, weil so eine Kaminscheibe kostet dann auch nicht mehr. Und die kann man dann relativ einfach ersetzen, braucht man keine Versicherung für abschließen. Habt ihr aber einen Drei-Scheiben-Kamin mit einer wirklich durchgehenden Scheibe, dann kostet so eine Scheibe gerne mal um die 2.000 Euro. Und wenn die kaputt geht, dann ist der Ärger natürlich groß und dann ist eine Glasbruchversicherung definitiv gut. Wenn ihr eine gebogene Scheibe habt, die auch irgendwo 600, 800, 1.000 Euro, je nach Größe, dann kosten, macht das auch alles Sinn. Habt ihr eine gerade Scheibe, muss man immer gucken, weil eine ganz einfache Rechnung für euch im Hinterkopf, ihr könnt rechnen, aktuell liegt der Preis für einen Quadratmeter Neoceran-Glas, irgendwo um die 600 Euro, der Quadratmeter. Und das könnt ihr relativ schnell ausrechnen. Eure Scheibe hat in der Regel, ich sag jetzt mal, 30 mal 40 Zentimeter. Dann habt ihr also einen Bruchteil von einem Quadratmeter und damit auch einen Bruchteil dieses Geldes. Und ob deswegen eine Versicherung jetzt angeraten ist, hängt sicherlich auch vom Preis ab, den ihr von der Versicherung bezahlt, aber ich denke eher nein. Und diese Scheiben sind auch über Glaser, über die entsprechenden Ofenstudios, über die Großhandelsketten, wo über das Internet natürlich aktuell immer auch noch relativ einfach zu beschaffen. Und das würde ich dann eher raten, kauft euch so eine Scheibe, legt sie euch hin und wenn sie reißt, dann könnt ihr sie ersetzen und ihr habt nicht den Stress, dann rumlos suchen zu müssen. Das ist sowieso immer meine Empfehlung, dass ihr Ersatzteile vielleicht einfach auch schon liegen habt. In der aktuellen Zeit auf jeden Fall. Was Versicherung angeht, wie gesagt, bei großen Scheiben, aufwendigen Scheiben, runden, gebogenen und so weiter. Ja, bei geraden, kleinen Scheiben eher nein. Aber erkundigt euch auf jeden Fall, weil wenn der Fall dann eingetreten ist. Ich hatte so einen schönen Fall, das kann ich nochmal erzählen, wo ein Kunde reinkam, viele, viele Jahre her, werde ich aber trotzdem irgendwie nie vergessen. Und wollte für seinen Wamslerofen, den er am Baumarkt gekauft hat, für 400 Euro eine Scheibe. Und die Scheibe hat 600 gekostet. Damals schon. Also es ist eine Eurozeit schon gewesen, aber das ist dann wie bei Druckern. Also wenn man 32 Euro, 35 Euro für den Drucker bezahlt und da sind die Patronen schon drin, bezahlt man das Gleiche dann für die Patronen. Und das macht dann auch wenig Sinn. Also da muss man dann immer gucken, bei solchen günstigen Öfen ist es, ob es gut ist für die Nachhaltigkeitsbetrachtung, das will ich mal dahingestellt lassen, aber es ist auf jeden Fall wirtschaftlich fair, wenn man einfach einen neuen Ofen kauft. Das ist leider so. Klingt paradox, aber es ist so. Und das haben wir bei vielen Produkten. Gartenkamin haben wir sowas auch gehabt. Feuerstellten für außen ist das genau das gleiche Spiel. Die Ersatzteile sind in der Regel im Verhältnis unlängend teurer, als einfach einen neuen Ofen zu kaufen. Wenn man jetzt im Ofenstudio gekauft hat, Premium-Segment gekauft hat, ist das natürlich nicht so. Aber auch da wird es nicht billig sein, eine Scheibe zu wechseln. Deswegen auf jeden Fall drüber nachdenken, sich mal ein bisschen erkundigen. Die meisten Versicherungsvertreter sind relativ nah dran, da kann man sich mal ein Angebot schicken lassen, mal mit dem reden. Die sind natürlich immer begeistert, wenn man sowas abschließen will. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein, aber grundsätzlich kostet erstmal ein Angebot nicht viel, außer ein bisschen Telefonat. Und macht das, erkundigt euch danach. Und dann seid ihr zumindest im Falle des Falles auf der sicheren Seite. Und wenn es Fragen gibt, schreibt ihr die bitte wie immer in die Kommentare rein. Lasst mal ein Like da, ein kleines Abo wäre auch nicht schlecht. Und dann sehen wir uns. Bis dann.